Emi Skin, die revolutionäre Hautpflege und Hautreinigung mit 100% Original Ultraschall. Typische Problemzonen im Gesicht können sein Stirn Augenpartie Der Bereich um Nase und Mund Und der Hals Vor der Anwendung die zu behandelnden Stellen mit einem feuchten Tuch reinigen. Die Emi Skin Siliziumcreme wirkt bei starker Faltenbildung. Die Emi Skin Kollagencreme pflegt Poren tief. Die Emi Skin Hyaluroncreme strafft die Haut. Wähle eine Creme, die zu dir passt. Um hygienisch zu arbeiten, benutze einen Applikator. Jetzt kommt deine Emi Skin Gold zum Einsatz. Die Borsten befeuchten. Trage eine dünne Schicht der Creme in kreisenden Bewegungen auf dein Gesicht auf. Trage die Creme dünn auf die zu behandelnde Stelle auf. Halte die Borsten bewegungs- und drucklos auf die Haut. Nach mindestens 10 Sekunden zur nächsten Stelle übergehen. Da die Creme schnell in die Haut einzieht, solltest du unmittelbar nach Auftragen der Creme beschallen. Weitere Informationen findest du unter www.emi-skin.de Die Kоки.